Willkommen zurück, liebe Leute! Super, New Super Mario Bros. We knew a summer sun! Und wir sind in ein Toad House reingegangen. Gleich das erste Toad House, das rechts daneben stand. Oh, ich kann wieder Power-Up sammeln. Oh, Memory. Ja, ja, okay. Oh, geht ja gleich super los. Jawoll! Das war voll verkackt. Ich hab nicht eins, ja. So schlecht bin ich richtig. Ich bin sowas von schlecht. Ich bin der schlechteste Spieler ever hier in New Super Mario Bros. We knew a summer sun. Hätte ich auch besser lösen können. Egal. Oh, oh. Oh, das ist aus, das ist aus, ähm, Super Mario Land, die Musik. Da-dam, dam, da-da-dam. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da-dam. Da komm auch, Yoshi. So, Yoshi. So, Yoshi. Jetzt lass es dir schmecken. Ah, guten Appetit, Yoshi. Guten, komm, lass es dir schmecken. Da-dam, da-da-dam, da-da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Auch ein schöner Remix davon. Da-dam, 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 da-dam. Da-dam, 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 da-dam. Moment. Nein. Hier hoch, komm. Und da will er, dass ich irgendwo hingehe, weil es hier irgendwas gibt? Nein, hier gibt's nix. Okay. Da-dam, 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 da-dam. Ach, ich liebe diese Melodie. Kindheitserinnerung. Eines meiner ersten Mario-Spiele. Also immer von... Donkey Kong abgesehen. Und Mario Brother. Also diese... Spiele, die auch auf den... ...die ursprünglich auf dem C64 erschienen sind. Ich glaub, das sind somit die einzigen Spiele, die mal außerhalb von einer Nintendo-Konsole erschienen waren. Müsste jetzt aber passen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Badum, psk. Ist da oben noch was? Nein. Kabum. Oh, da geht's runter. Wie komm ich da lang? Ich glaub, hier lang. Badaku, glaub ich, komm ich da nicht mehr lang. Was? Ich hab eine verpasst. Kann nicht sein. Das heißt, ich muss zurück. Muss hier irgendwo eine verpasst haben. Wo waren die andere? Ach, da! Nein! Und da hab ich sie. Wär doch gelacht gewesen, wenn nicht, hä? Schnell wieder zurück, nach vorne. Ach, ich könnte die Musik die ganze Zeit hören. Selbst wenn sie sehr eintönig ist, aber egal. Da fühl ich mich gleich wieder wie zwölf Jahre. Als wäre es gestern gewesen. Yoshi, du gehst nicht ohne mich weg. Und hinter mir sitzt mein anderer Kater. Der auch Yoshi heißt. Hm. Aha! Nein! Okay, was haben wir da oben? Dass ich dafür auf Yoshi verzichten... Ja, nee, ist klar. Ich komm durch eine Röhre rein. Äh. Dafür hab ich meinen Yoshi verloren? Dafür? Oh, Mann. Egal. Geschafft ist geschafft. So, ein Toad House. Level 2. Ein nerviger Sound dank der Creative Cloud. Dankeschön, liebe Creative Cloud. Dass du einfach mal dazwischen ge... ge... geistert hast. Ich bin begeistert. Ah, ja. Ist klar. Das ist, ähm, aus... Yoshi's... Island. New Super Mario Brothers... Nee, äh, Super Mario World 2. Und die Muncher sehen jetzt hier nicht gerade so toll aus, aber gut. So, Spikeys. So, komm, die müssen wir noch einsammeln. Sind hier nur Münzen drin? Das wird sehr schade. Aber ja, hier sind nur Münzen drin. Okay, hier ist auch nichts. Nein. Da ist was. Ich wusste doch, irgendeine Röhre musste was haben. Nee, für den Leben macht er das nicht. Da kann ich nicht runter. Da kann ich aber auch nicht durch. Okay, dann gehen wir da jetzt einfach wieder hoch. Ganz easy peasy. So, und dann hier hoch. Was haben wir hier? Auch nur ein Leben. Hm. Vermisst wird hier... Irgendwie... Ah, das da. Du blödes Ding. Und... Sprung. Danke. So, aber was haben wir jetzt hier? Da unten ist nix. Oh nein. Boah. So. Könnt ihr doch mal gekonnt... Knicken. Halt, Moment. Wir haben mal nen Stern. Stern. Boom, Baby. Da hab ich's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Oh yeah. Wir kommen richtig gut durch, Jungs. Und es macht weiterhin noch Spaß. Und Welt 2-4. Und ich glaube, es geht in eine Pyramide. Bin mir nicht ganz sicher. Wäre aber nicht abwegig, oder? Ah ja. Nee, da hoch komm ich nicht. Aber es ist auch irgendwie keine Pyramide hier, ne? Nein. Nein, 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 nein. So. Da ist der Erste. Ja, komm, lauf da durch, komm. Auf dich hab ich jetzt keinen Bock. Das ging schnell. Nein, ich bin so doof. Nein. Das hab ich jetzt nicht wirklich getan, oder? Gut, dann meint er's jetzt anders. Puh. Wenn ich tropisch nicht wüsste, wie ich mir helfen könnte. Ja. 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 Ah, was ist da noch? Da muss doch irgendwas sein, oder? Hm. Ein Schämen, wer denkt, dass da nix wär? Oh. Nett, dass Mr. Flamme mal wieder vorbeiguckt. Wie schaffst du das da immer hoch? Ah. Wow. Damit haben wir alle drei. Okay. Der Rest ist mir jetzt erstmal... Völlig Jacke wie Hose. Weil ich's damit geschafft habe. Ba-da-bum, ba-da-bing. Triple is the king. Kong. King. Kong. Egal. So. Dann haben wir da ein schönes Pilzhaus noch. Weil zur Zeit brauche ich keine Leben. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter in Welt 2.5. Und bisher... Ob ihr's glaubt oder nicht, selbst wenn das die Jungs von Nua sind, aber es fühlt sich wirklich jedenfalls wie ein... Mario an. Oh, shit. Wenn ich hier schon Kettenhund sehe. Oh, war ja. Hier kann man auch noch in die Kettenhunde rein. Nein. Oh, es war klar, dass echt noch ein Kettenhund dabei ist. So, und dann können wir den damit freien. Okay. Oh, wir kriegen nur einen Pilz. Okay, gut, du hast gewonnen. Ich lass ihn mal in Ruhe. Und was haben wir da? Wie meint das am besten? Komm her, komm, Ketty. Und weg mit dir. Ja, nicht nach oben. Moment, da ist irgendwas. Kann ich da unterlangen? Nein, kann ich nicht. Vermute mal, dass überall irgendwo was ist, aber dabei ist da gar nichts, ne? Oh. Und. Komm her. Ah. Okay, hier ist ein Checkpoint. Ja. Münz nehme ich immer gerne. Also, hoch komme ich damit nicht. Das heißt, ich muss es also mitnehmen. Frage ist nur, für was? Oh. Dafür. Schaffe ich trotzdem nicht. What the? Oh. Ne. Den will ich nicht. Nein. Oh, ich bin so doof, oder? Ihr könnt es ruhig sagen, liebe Leute. Oder in die Kommentare schreiben, wenn das ein dummer Fail war. Ah. Da geht's rein. Das war klar. Ich glaube, die wollen, dass man da reingeht, ne? Da ist nix. Den lasse ich mal in Ruhe. Oh. Cool. Ne, ne? Nein. Ich weiß, was zu tun ist. Nein, nein, nein. Komm, du musst mich wieder hier versuchen anzugreifen. Komm. Komm. Danke. Ey, so eine Aufgabe, echt. Die haben so nicht mehr alle Nintendo, ja? Und tschüss. Egal. Scheiß auf das Leben, denn ich lebe. Ihr lebt. Alles ist gut. Der Kettenhund, der frisst das Schloss. Und ich bedanke mich ganz herzlich und sage, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer True. Haut rein. Nicht wahr, wenn... Nein. Na komm. Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.